Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac West of the Lomb. Oder für die, die nicht ganz so schnell zuhören können, Let's Play The Binding of Isaac West of the Lomb. Folge 14 müsste das heute sein. Ja, Folge 14. Ich erschieße einfach mal die ganzen Viecher, hab hier ne Bombe und dann sehe ich erstmal wieder noch mehr Zombies. Zombies, Zombies und Spinnenbeben, die mich aufhalten. Komm, komm, geht doch. Weiter geht's. Und wie ich diese Spinnenbeben liebe. Nicht. Kommt, nochmal diese Dämonenflügel vom letzten Mal. Bitte, seid so gut. Nein, ihr seid natürlich nicht so gut. Tja, egal. Andererseits müsste ich da wieder zwei meiner Herzen opfern und, sagen wir so, das war ja der Grund, warum ich letztes Mal gestorben bin. Ich geh jetzt mal hier rein. Öffne die beiden Thronen. Was auch, ich weiß schon wieder nicht, was das ist. Gaffi Spawn. Ach, uh. Ne, das hatte ich ja, ich sagte nicht. Ah, jetzt weiß ich's wieder. Wir bekommen zwei von den Silberherzen, müssen dafür eins von unseren normalen Herzen opfern. Aha. Das bedeutet, letztendlich bekommen wir halt immer zwei Herzen dazu, aber halt nicht dauerhaft. Ist sozusagen eine Möglichkeit, wenn man sieht, ich sterbe jeden Moment. Und, naja. Ich sterbe halt jeden Moment. Ähm. Stirb. Bitte. Tu mir den Gefallen und stirb. Sei so gut, sei so gut, sei so gut. Danke. Was haben wir da? Absolut gar nichts. Was haben wir hier? Eine Bombe. Scheiße, Scheiße und eine Spinnenwebe. Ein Spinnennetz. Ihr wisst, was ich meine. Und dort haben wir Bloodlust Rage. Ja. Ja, Mann. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was das bewirkt, aber ich glaube, je mehr Schaden wir einem Gegner machen, halt vor Raum, desto stärker werden wir. Das bedeutet, hier öfter wir ballern, desto stärker werden diese Schüsse. Naja, das ist... Okay. Pin. Hm. Komm. Gleich. Hab ich dich. Komm. Okay, wieso sag ich jetzt schon gleich, hab ich... Also, wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit, ja, die vergleicht, verliert er ungefähr zehnmal so viele Leben. Komm. Tu mir den Gefallen. Bitte. Einfach nur sterben. Mehr musst du gar nicht machen. Komm schon. Du mögst, Mist, wie ich. Einfach nur sterben. Mehr will ich von dir nicht. Au. Und ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Ich bin, ich bin, ich bin gleich tot. Aber dafür tötet er sich erstmal selber. So, den brauche ich, den brauche ich. Und weiter geht's. Lala, lalala, wieso kommt mir jetzt das... Ach, was soll's. Es ist schon spät. Da muss meine... Da darf mein Verstand schon mal leicht aussetzen. Kommt mal. Genau. Das Feech ist weggeschränkt. Ihr seid auch gleich weg. Dort ist eine blöde Bombe. Dort sprengen wir uns mal kurz hindurch. Hoffen, dass da ein Geheimraum ist. Nein, da war keiner. Aber wir haben eine Pille, die bewirkt... Telepills. Direkt in den... Shopraum. Ähm. Nee. Nee, danke. Oh, oh, oh. Ganz viele. Spinnen. Komm schon. Spinnen. Und... Ach, genau. Obwohl, nee. Ah, es ist wohl eher, wenn wir Schaden nehmen. Naja, als und beim war's halt... Baumfreiheit. Es. Nee. Ach, ich erinnere mich. Wenn jetzt irgendwo Geld fliegt, fliegt der dahin, wenn wir es nicht schnell genug einsammeln, und kassiert das selber. Der gibt uns dann nach und nach zwei gute Items dafür. Aber... Naja. Wir können uns natürlich dann nichts mehr im Shop kaufen oder so. Was schon ein bisschen nervig ist. Aber... Naja. Wir müssen halt nur schneller sein. Oh, nee. Hör auf, die Viecher zu produzieren. Danke. Jetzt hab ich Rage. Jetzt bin ich wütend. Au. Au. Wieso stelle ich mich so blöd an? Ich hab kaum noch Leben. Ich kann das nicht riskieren. Quite. Ja, 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 ja. Na klar, fang direkt mal mit deinem Koch... ...mit deinem Hochsträger an. Kümmere dich nicht mal gar nicht erst um die Laserstrahlen, die man ja dann doch gut ausweichen kann, wenn man sich einfach direkt vor dich stellt. Ich hab' da... Na ja, immerhin, er ist gleich tot. Und tot. Nein! Justice. Was verweckst du? Ein Haufen von allem. Ja, seht ihr, er hat jetzt grad das Geld eingesammelt. Und ich weiß nicht, was er da für uns gegeben hat. Egal. Einfach mal dagegen schießen. Schnell den Zombies entkommen. Hier einfach alle erschießen. Okay, diese Runde haben wir kein... Jetzt haben wir kein Leben verloren und werden trotzdem stärker. Ich glaub, das hat doch was damit zu tun, dass wir... ...naja. ...halt viel auf Gegner schießen. Egal. Jetzt und weiter. Spin. Ich freu mich. Ähm. Au. Au. Komm. Bitte. Spinne. Spinne, spinne, spinne. Nee. Okay, liebes Tag auch. Ich bin gestorben. Ich wurde von diesem Ding in einem Basement getötet. Ich hinterlasse alles, was ich bekommen habe meiner Katze Gabi. Auf Wiedersehen, grausame Welt. Auf Wiedersehen, grausame Welt. Isaac. Tja. Tja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. z Tschüss. Vielen Dank.